So, grüßt euch, ihr lieben Nächster Trailer. Ihr wisst ja, Facebook gestorben für mich. Tja, und da gucken wir uns doch mal das hier an. Ne, das war wieder als verkehrt. Ich muss hier drauf gehen. Das wäre jetzt mal gucken. Es geht jetzt um eine Kika-Kaninchen-Sendung. Tja, ist eine deutsche Fernsehsendung, die im Kika ausgestrahlt wird. Jetzt, sie richtet sich an Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren. Okay, ich bin da nämlich auf was gestoßen. Ich habe da Seenotrettung eingegeben. Und dann kam das hier bei rum. Und das gibt es dann nämlich auch im Hauptfilm zu gucken. Und hier nochmal der Hinweis. Hier nochmal der Hinweis für alle, die es jetzt hier dann... Ich verlinke es ja wieder auf Regnus.tv. Und da war ja das Problem mit den Links Bitschutes VK. Also, wenn ihr die Links kopiert und eure Browserzeile packt, guckt bitte drauf, dass da keine Leerstelle drinnen ist. Und wenn eine drin ist, dann entfernt sie. Weil das passiert irgendwie bei meinen Sachen, oder wenn die Links länger sind, dass bei dem Übertrag da Leerstellen reinkommen. Und auch die Seite ist zu empfehlen. Da könnt ihr euch nämlich anmelden und könnt dann selbst wichtige Videos von euch verlinken. Ja, dann, wer jetzt dann schauen möchte, VK, Bitschut oder Telegram. Ciao. Tschüss.